Hallo Lauser! Willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich Fairytale. Im Hintergrund jubelt es auch schon, die A5. Wer kennt das Spiel an der Musik? Wahrscheinlich kein Mensch. Das ist Triple Flame. Ich wollte einfach mal die Triple Flames sehen. Aber jetzt will ich die Fairytales sehen. 160 Euro drauf. Auf 90 lassen wir mal. Ich hoffe, dass wir ein bisschen was sehen. Ab geht's Leute! Ganz kleinen Topfer noch nach oben. Ah, das passt glaube ich. Na komm, hau mal die Flamme raus hier. Flämchen! Oh, Flämchen! Oh, Siemer! Macht er beide Richtungen? Ne, macht er nicht. Ich dachte, er macht Siemer dann in beide Richtungen. Triple Fan schiebt aber nichts. Dann haben wir gleich mal auf hier. Ich glaube, das ist bei Balli das Spiel, wo er die Flammen nach außen schmeißt, oder Leute? Das wisst ihr doch immer. Na, ihr wisst ja viel mehr wie ich. Viel Glück mit Balli! Ich gebe sofort Tschüss! Aber Freispielchen wären hier schon nett, gell? Aber Freispielchen wären hier schon nett, gell? Ich denke, es geht Lisa! Wie ist Perez Siemer? Aber Freispiel sind ja noch mehr. Ich sparte die Rolle. Und wenn du das mal in die Flammen geflessionell hast ich geb dir das nhau... Ich bin der Freisch oder so schreische Böcke! Ich bin der Freitag. Ich wird schon erst tragen, oder? oh jetzt ballert er Uiuiuiuiui 2018 240 7 Power Spin Das ist so ein Witz ich glaube Das Törtchen ist mindiklein mit 8 Power Spins Und der fährt halt ins Törtchen Mein Herr So ein Gaunerkasten. Alles beschiss Leute, ja nicht zocken in das Spiel, nur daheim spielt er. Das ist ja Quatsch hier. So, jetzt bleibt er nicht im Türchen stehen. Komm, bleibt er. Das ist eine Gerechtigkeit, sag ich dir immer. Haha, und schon wieder verkackt. Wir haben hier noch an die Gelde, an die Gelde. Oh, ich glaube, es sieht auch möglich. Mal spielen, mal spielen. Oh, mönlich. Hast du immer mönlich? Oh, mönlich. Jetzt gibt's den gleichen Spiel. Hoh, was. Ah, sind wir drin? Da wird fast hier rüber. Das willst du schon gehen. Ich switch mal rüber. Das war's. 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 Ol sticky. Und den Geizkragenmodus hier. War klar? Da auch Geizkragenmodus. 15 Minuten gewinnen, aber fast nichts. Hier der Dreimar Wild rein, Vollbild Wild auf den drei großen Walzenheben. Jetzt haben wir Freispiele. Schauen wir mal. Asse, Vollbilder und jetzt gibt er hier Wilds und naja, nicht so viel. Ja, Kleinkram. 60 Linien gewinnen. Wenn man keine Asse gibt, dann hätte ich fünf Spielen da. 14 Euro ab. Sehr lächerlich. Ich könnte mich aufregen. Jetzt spiele ich schon nicht in der Spiele und reg mich trotzdem auf. Glaubbar. Got it. Schauen wir mal, schauen wir mal, schauen wir mal, schauen wir mal. Ich gehe schon. Ich gehe schon mal, schauen wir mal, schau dellos. Nein, ist das ein Vaterhund? Leute, ist das ein Vaterhund? Ich sag's euch. Ja, 55 Euro, das lassen wir jetzt mal noch gelten. Fairytales gibt gar nichts. Ja, haben wir aber Freirex schön gesehen, Leute. Aus Klinikerals haben wir hier die Freispiele in Fairytales. Dann knall ich gleich mal rüber. Da können wir ja warten. Schauen wir uns die noch fertig an. Da haben wir ein ganz schönes Video. Ah ja, das war jetzt nicht so wieder der Hit. Aber es ist okay. 60 Euro sind es auch wieder. Wenn der ballert, dann ballert er schon. Ja, was sollen wir machen, gell? Ah, machen wir noch mal hier. Schauen wir uns noch mal 18. 16 Power Spins noch mal an, oder? Komm. Und dann die Freispiele auch. Und dann die Freispiele auch. Ja, wir sind auf die 60 Euro gekommen. Den verbleibenden 10. Da haben wir einen schönen Gewinn drüben. Ja, fritzig. Ich habe mich verschaut wegen den Rollinen da. Sehr lustig. Ah, da oben ist er drin und dann keine Kombi. Ich kotze doch, Leute. Da ist er auch denn ohne. Ja, da ist er schon. Da gibt er schön. Ja, da gibt er schön. Na, des. Na ja, gerissen haben sie jetzt nichts, die Power Spins, aber man kommt ungefähr aufs gleiche Geld. Das dauert ganz schön. Dann schauen wir uns hier die Fairytales noch an und dann super. Das ist tatsächlich mehr geworden, so jetzt hier rüber, ich muss hier kurz mal ausjustieren noch die Beispielen hier anschauen können. Ab geht's. Ah, ist bitter. Das ist bitter, Leute. Na ja, da kann man nicht. So, schöne Freispiele im Vikings sehen, hier im Park sehen, nix besonders, aber so ist es oft, Leute. Ihr wisst das. Nehmen wir 25 mit? Nein, egal. Alles gut. Bis zum nächsten Mal und tschau. Ja. Jeder. migik.